Ich glaub nicht, dass das jetzt stimmt. Nee, der ist blau. Oh fuck, wo ist der Hammer? Renn weg. Achso, scheiße, was ist da los? Ja. Ja. Wir müssen jetzt noch... ...remen. Ja. Bist du? Achso, scheiße. Das ist gut, oder? Nee. Nee, ja dann nicht. Ja. Malo? Huh? Ich hör eine Fliegenschlampe irgendwo. Ach, der Ohr mal auf dem Dach. Hier ist Funkstelle. Oh, rüber! Huh? Oh. 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 Oh, hier drinnen. Hier ist er drinnen, Alter. Hier ist er drinnen. Huh? Warte, warte. Warte. Nee, Quatsch. Das ist da auch zu, oder? Ja. Oh, okay. Oh. Andere Jäger in der Nähe. Scheiße. Woher warst du das? Weil ich es höre. Hier ist so ein Hinweis. Und der brummt so komisch. Und der brummt so komisch. Hörst du das? Hörst du den Hinweis? Das ist das. Hier ist so blau. Ja, wenn du hoch gehst und anguckst, ist er rot. Das siehst du ja nur, wenn du davor stehst. Scheiße. Die haben sich die Ratten hier verschanzt irgendwo. Und über uns rennt so ein Mistvieh rum. Tja. 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 Scheiße, wo sind die Spinner. Wir gehen ganz drum herum, versuchen eine Leiter. Das Eisendor macht zu viel Lärm. Aber die müssen auch ziemlich nah am Kranz dort sitzen. Weil ab einem gewissen Abstand hörst du das dann nämlich nicht mehr. Hier ist eine Leiter, hier könnte man hochklettern. Ich glaube nicht, dass das jetzt stimmt. Was denn? Ich glaube, das siehst du ja so, ob die eine Rude ist oder nicht. Das siehst du ja nur, wenn du ins Feuer guckst. Manu. Wenn ich dir sage, dass der rot ist, dann ist der rot. Das siehst du jetzt nicht. Wo ist der Typ? Hm. Wo ist der Typ? Jetzt kommt er. Hammer, 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 Hammer. Oh fuck, wo ist der Hammer? Renn weg. Schon tot, ich bin. Mit der Pistole. Was habe ich dir gesagt? Hier sind Jäger, Alter. Du glaubst es mir oder nicht? Die war doch vorsichtig. Naja, nee, das hat damit nichts zu tun. Für dich war das Ding klau. Ich sage, hör dir das an. Wenn das so brummt, sind Jäger noch näher. Das ist der akustische. Du bist vorher vorsichtig. Wunder. Aufgepasst. Puh, Alter. Okay schön. Bitte. So, jetzt können wir uns ganz im Dicken hingeben. Hast du beide gewischt oder was? Na klar. Na klar. Mal gucken, was die... Ah. Oh, eine Label. Die kenne ich ja noch gar nicht. Ob die gut ist? Ach klar. Nee. Ganz im Strahlen. Echt ganz im... Alter, was soll ich denn machen? Ja, alles passt und alles gut. Aber einfach nur die Aussage. Naja, sonst würde ich jetzt hier nicht rumrennen können, Alter. Es waren doch zwei. Ja, aber die Aussage. Hast du beide gewischt. Na klar. Alter. Ist doch alles gut. Was soll ich denn sagen? Du bist der Geilste. Alles gut. Ich kenne die Labeln nicht. Ich will die mal... Mal gucken, was die für Werte hat. 132. Schussfolge... Ja, die... Die nehme ich mit. Er ist schneller, die hat man abgeschraubt halten. So, dann rein in die Bucht. So, wie sieht es hier oben überhaupt aus? Hier kannst du schön... Hier kannst du schön im... Hier kannst du schön im Kreis laufen. Treppe hoch, dann im Kreis. Boah, scheiße. Der Fettsack lässt sich nicht blicken. Was hast du... Oder will ich... Das ist sicher. Oh, gut. Ja, das ist... Ja, ich auch. Oh fuck, ich bin... Mist. Er kommt. Was? Nein, ich hänge, ich hänge. Pass auf. Nein! Lassen. Was ist mit dir los, Alter? Du hast komisch gezittert. Nein, 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 nein. Nein. Fuck off, Steve. Oh, so. Das kann jetzt nicht wo sein. Oh. Ich hab dich auch geohnt. Bist du wieder am Spiel? Ach so, Scheiße, was ist da los? Scheiße, jetzt hat mich jemand umgeniedert. Mist. Nein. Nein. Das ist nicht der Ernste. Doch. Puh. Scheiße. Das dumme Schwein. Was ist das für eine Performance? Ja, es ist zum Kotzen. Du weißt, was die für Probleme haben heute. Hm. Mei. Scheiße. Na ja, was willst du machen? Oh. Im Wald, Schatz. Mhm. Boah, die Jäger, Alter. 1250 haben die uns hier. Ja, die waren richtig gut ausgestanden. Ja, die waren richtig gut ausgestanden.